So, Rosanna, die Ritualistin. Ich habe ihr einen Namen gegeben. Pusten. Wir haben hier diese schwarze Galleone in der letzten Folge erobert. Ich war nochmal offline hier gewesen, weshalb auch das Pferd, das dieses Mal nicht dabei ist. Ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen hier vorgewagt, ein bisschen vorgekämpft. Wie gesagt, ich war ja schon mal offline sowieso schon hier gewesen. Ich habe auch noch oben bei der Fahne, bei der hier, habe ich gesehen, da kann man auch das Rezept erlernen, dass man diese Banner bauen kann. Habe ich also jetzt der Folge jetzt nicht gezeigt oder jetzt in der Aufnahmeswahl, ganz kurz vor der Aufnahme. Ich hätte halt nur da interagieren und dann lernt sie das und naja, mehr ist er jetzt nicht. Was habe ich hier gefunden? Ost und Stein. Naja, Frau ist nicht unbedingt. Da sieht man dieses Lock aus schon wirklich auch so ein großes Außenhauptlocker, kann man sagen. Na, der eine blockt hier aber ganz schön mit seinem Schild. Ha, aber trotzdem sind sie keine Chance. Achso, die sind dann zuzuereicht, dann natürlich schon. Ist da jetzt eine Bär, nehme ich mal mit. Pfeile nehme ich mir auch. Ach, geh weg. Ich wollte dich nicht hierhin beurteilen. Ach, das brauche ich nicht unbedingt. Na, komm her, Bursche. Ach, das ist auch Fahrerkämpfer Stufe 1. Wie das auch immer. Wechsel zwischen Stufe 1, 2 oder 3. Gute Bezug, diese Stufe 4 Kämpfer, natürlich die mit besonderen Namen. Ach, der erwirrt mich komplett. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Aufstieg kommt, leveltechnisch bei uns. Uh, Hammer gegen Hammer. Ui, es hat ja ein Hammer gut geschwungen. Gut gemacht. Hier, kannst du das Gewürz essen. Oh, hier war noch Suppe. Die esse ich jetzt. Die Pfeile nehme ich mit. Oh, ich sag, die Pfeile nehme ich mit. Okidoki. Aber im Prinzip dieses Lager war jetzt nicht so groß gewesen. Jetzt würde ich sagen, versuche ich mal, dass wir hier hinkommen. In das Gebiet. Ein Rehkitz, weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich glaube schon. Ich glaube, ein Rehkitz hatte ich schon. So, jetzt habe ich es in ein Paket geschnürt. Kann hier dann abgeholt werden von der Mama oder vom Papa. Das ist eine Hände von Krabbelkäfer. Hier ist so ein kleines Tal. Ich glaube, ich glaube, den hatten wir schon mal gesehen, diesen Krabbelkäfer. Ich sage heuschrecker, was das sein soll. Die müssten wir eigentlich schon mal hier in der Ecke immer gesehen haben. Aber die kommen mir zumindest sehr bekannt vor. Was ist das denn eigentlich? Termitenhügel? Ei. Sieht aus wie Termitenhügel hier. Ach, geh weg! Ich denke, es sind Termitenhügel. Das sind ja diese komischen Krabbelkäfer hier. Mach dich bereit, Ritualistin. Ich habe sie aufgeschreckt, diese komischen Käfer hier. So, da ist eine Krabbelkäfer ist tot. Das ist die Rüstung, der Strom. Oder die Panzerung, wie auch immer. Oh, der Betreu ist aufgestiegen. Schön, schön. Ach, dass das jetzt noch nicht als Ort gilt, den ich entdeckt habe, wo diese Termitenhügel sind, war ein bisschen komisch. Ah ja, wenn wir in den Nahkampf übergehen dann. So ein bisschen Schaden zufügen mit dem Fernkampf dann auf. Nachkampf übergehen, wenn sie zu nah sind, ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Da kommen eigentlich auch schon einiges in Schaden anrichten. Da hinten geht es aber auch überall weiter, wo diese komischen Käfer sind. Und die gibt es wie gesagt viele Eier. Ich nenne es mal Eier, große Käfer. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Große Heuschrecken oder so. Ach gut, der hat da zuschlägt, der Käfer ist auch tot. Im Nachhinein sehe ich gerade, dass die im Nahkampf zwar auch gut besiegt werden, aber im Fernkampf. Na gut, ich bin ja im Fernkampf geübt worden, ganz abgesehen. Oh, da ist so ein Bosskäfer. Der hat so einen Totenkopf. Oder drei in dem Sinne. Das ist der Bosskäfer, Mutterkäfer. Jetzt muss ich aber wirklich in den Nahkampf gehen. Pokipoki. Wann würde ich dann auch da Karte markieren, dass ich hier so ein Bosskrabbelkäfer ist? Oh, ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Ihhh. Ach gut, dass ich das nicht abbekommen habe. Na, du hast doch nicht getroffen, du scheiß Vieh. Oh, jetzt hast du aber getroffen. Meine gute Rüstung. Text wird nicht ganz richtig. Scheiß Vieh. Ich hol gleich die Schädlingsbekämpfung. Das sind wir. Ah, meine Treue ist aufgestiegen, nur ich nicht. Jetzt ist immer die Frage, wo finde ich dann diese Schlüssel? Das ist immer die Frage hier. Also, ich meine die Schüsse hier, die Truhe. Meistens brauche ich ja ewig, wenn ich mal so eine Truhe finde hier. Und wie jetzt dunkel ist, dann, naja, sehe ich sowieso nichts. Und hier sehe ich ja oft dann auch Lösungen nach, wo die Truhen sein könnten. Denn selbst da ist es ziemlich beschissen beschrieben. Von daher, meistens immer ein paar Halbverkrabben im Sand liegt das meistens. Guck, jetzt in dem Fall hier. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht in diesen Termitenhügeln sind vielleicht. Oh, was haben wir denn hier? Was gibt's da unten? Ich soll jetzt da runtergehen, da gibt's ja irgendwas Schönes. Ja, du musst natürlich die Viecher herlocken, wenn ich gerade meinen Verband hier anlege. Ja, der Krabbelkäfer. Das hat was gebracht, der Verband. Ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass das wirklich was gebraucht hat. Na gut, jetzt ein bisschen. Ja gut, doch. Ja, hat doch was gebracht. Ach, keine Ahnung, wo die Kiste ist. Vielleicht finde ich die irgendwann mal. Das muss ich euch sagen, das sehe ich dann meistens. Das sehen wir mir offline nochmal an. Natürlich dann als unsichtbarer Motus sage ich mal, dass ich hier nicht behelicht werde von diesen ganzen Gegnern hier. Das sehe ich dann meistens dann auch, wo diese Truhen sind und halt, wie gesagt, im Internet teilweise. Wie gesagt, jetzt so mir das anzusehen, wo ist denn die Truhe? Ja, wo ist sie denn? Weiß nicht. Finde ich ein bisschen nah. Die Gassen haben doch runtergezeigt. Ich will mal sehen, ob ich da irgendwie runterkomme, ohne dass ich jetzt hier runterspringen muss, wie so ein Gasseskranker. Da sind wir schon ziemlich nah. Hier mache ich nochmal gleich das hier. Boss. Käfer. Wenn er heil genug ist, brauche ich keine Lampe mehr. Naja, es wäre das Pferd natürlich eigentlich eine schlechte, hätte ich das mitgenommen. Jetzt für solche weiten Ebenen hier. Ist das ein Reichttier eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das war bestimmt hier, bevor die Karte erweitert wurde, der Geisterweil noch vorher gewesen. Weil das sind natürlich dieselben Statuen, wie, naja, bei den Flächen, wo du ja nicht langkommst, weil das ja der Geisterweil noch ist. Das müsste dann hier also theoretisch dann Schluss gewesen sein, bei der ganz alten Kartenversion von dem Spiel hier. So. Du bist auch da. Gut. Ritualistin, haltet die Käfer auf. Ich muss sehen, was es hier gibt, weil die Garst haben mir hingezeigt. Hier gibt es einen Ast. Schön. Na gut, diesen Fels, ich weiß nicht, ob da mal ein Eingang war, wo die Garst dahin gezeigt haben. Die Garststotten hier oben haben mir hier runtergezeigt, hier in die Ecke. Aber ich sehe hier nichts. Hm, wer weiß. So, Ritualistin, das schaffst du schon. Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Ich gehe schon mal vor. Oh, es gehört hier diese Piratenmusik. Das ist dieses Lager, da waren wir ja schon drin gewesen. Da werden jetzt wieder neu gespawnt sein, diese ganzen Gegner. So, zielig mächtiger Felsen hier drüben. Könnte ich mir gut vorstellen, später auch mal ein Eingang in der Burg hinzubauen. Würde vor allem hier sehr viel Sinn machen. Bleib sitzen. Und deine Pfeile mit, danke. Ob der 18-Trupp gehört hat, zu diesen schwarzen Handleuten. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich auch schon mal offline langgegangen. Bei diesen ganzen Lagern hier. Ich schätze, viele Orte habe ich sowieso schon wahrscheinlich übersehen. Auch schon bevor bereits erkundeten Gebieten, weil ich schon viele Sachen wahrscheinlich eh nicht entdeckt habe. Hast du was dabei, was ich gebrauchen könnte jetzt unbedingt? Ja doch, ein paar Pfeile. Nicht? Ich muss mich nicht töten, wenn ich hier nicht fliehe. Ja, der Blick auf das Salz war alles, was du wolltest. Schön. Ha, stückischer Kämpfer. Drei, wusste nicht, wie es ihm, ne, ihr, ihr geschah. Ich weiß nicht, war dann hier gewesen? Ich bin dann irgendwo hochgelaufen. Und so eine Art Turmbar. Ich glaube, der Turmbar, das ist da hinten der. Glaube ich zumindest. Ja doch, hier oben war ich gewesen. Ich bin aber irgendwie anders hier hochgekommen. Ich bin da irgendwo anders langgegangen. Ah ja, gut, es macht Sinn. Ich bin hier hochgegangen. Ja, das war natürlich jetzt nur, um die Gegner jetzt unten mit einem Pfeilhackel zu begrüßen. Seht ihr? So. Das war alles Berechnung. Ach, das Tier lasse ich in Ruhe. Hat mir ja nichts getan. Hä? Macht sie. Hä? Nein, ich werde eine Waffe nicht niederstrecken, niederlegen. Ja, der ist natürlich stehen geblieben, der Depp. Ist ja doch keine Gefahr für mich. Nur in Massen. Dann schon. Lebt da noch einer? Ach, hier ist noch einer. Ja, das schafft sie schon selbst. Eine Kiste ist meistens, wenn man sich die Kisten immer und immer wieder entzieht, ist es eigentlich auch meistens immer dasselbe drin. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass in den Kisten irgendetwas drin ist, was ich jetzt wirklich unbedingt brauche. Was jetzt wirklich extrem geil ist. Aber ich frage mich eigentlich, was das eigentlich für ein Turm ist. Es sieht aus wie so eine Art Leuchtturm. Macht zwar in der Wüste jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, wenn du einen Leuchtturm in der Wüste hast, aber sieht zumindest für mich so aus wie so eine Art Leuchtturm. Ich gehe mal kurz zu diesem großen Baum. Auf diesen Dreiergespannbaum. Mal ein bisschen hier in die Gegend auch hinten reinsehen. Wie geht es dann hier los, wo dann das alles noch ein bisschen grün wird. Und hinten, wo dann scheinbar naja und hinten wo dann der Dschungel langsam losgeht, da waren wir ja noch nicht gewesen. Ich sage das Spiel, das ist so endlos, sage ich mal. Was ist endlos? Da kann man so viel Zeit reinstecken. Leine wie viele Völge ich jetzt schöne gemacht habe hier. Und ich bin vom Prinzip nur in der Wüste gewesen. War noch nie im nördlichen Gebiet vom Prinzip. Gut, also mal ganz kleines Stück. Und war noch nie im Dschungel und alles, also hm. Da kann man schon sehr viel Zeit reininvestieren. Tja, das war vielleicht nicht fair gewesen. Aber wir sind hier am Land der Verbanden. Das ist nichts fair. Ja, aber ich habe sich das heilt mit dem Pfeil. Und den auch. Mann, bin ich stark. Wow. Ja, wenn man hier das nimmt, hat es wirklich so ein großer Turm, nur dass die einen sonst immer gelöchtet haben. Ach, dort war gleich nochmal so ein großer Stein-Nasen-Boss-Typ. Naja, das ist noch so ein Stein-Nasen-Boss-Typ da unten. Genau, da hinten, diese Verfestigung hatten wir noch nicht gesehen. Ah, das wird mir ein Ausblüttet von denen. Das geht mir auf die Nerven. Drink your blood. Drink your blood. Ich denke, wir werden hier auch ein bisschen aufflämmern, ein bisschen durch die Gegend einfach noch reiten. Einfach nur ein bisschen rumreiten. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen interessanten Ort vielleicht, den ich euch dann zeigen könnte. Ich gehe mal hier runter. Ich habe keine Lust gegen diesen Stein-Nasen-Boss zu kämpfen, ehrlich gesagt. Unterschrift des Beobachters war hier. Irgendwo hier ist der Stein-Nasen-Boss der andere. Stein-Nasen-Boss. Ich hätte euch jetzt aber keine Lust drauf. Wir hatten schon mal so eine Stein-Nase besiegt. Jetzt sind wir ja stärker auf dem Prinzip, aber ach, sage ich aber dasselbe. Also wir spawnen die Gegner sowieso immer neu. Von daher ist das jetzt meinetwegen auch jetzt nicht so interessant. Ich möchte immer lieber neue Dinge erkunden und entdecken. Das macht mir mehr Spaß. Als immer dieselben Gegner abzuschlachten, dass sie euch die zeigen. Eingang des Hankers. Da unten oder was? Weil das anders aussieht. Jetzt haben wir so ein großes Lager der schwarzen Hand, wie es aussieht. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich eine Höhle hier unten. Sieht mir zumindest so aus von hier oben. Weil die Felsen so anders aussehen. Bestimmten Höhleneingang. Hallo. Die Stein-Nasen. Stein-Nasen hinter mir. Vielleicht wirst du dann dagegen, dass ich ein Level abbekomme. Wirst du es sein? Offenbar nicht. Das Vieh kannst du erledigen. Kannst aber was machen für dein Geld. Sully's Hinterhalt. Aus der Wegschrift. Ich kann nichts sehen. Ich bin an den Stufen aufgestiegen. Wieso bin ich ein Bastard? Achso, weil ich dich getötet habe. Das sagen sie immer dann, wenn sie eine schon tot sind. Dann können sie immer noch mit dem letzten Abendzug noch etwas sagen. Spitzhack hat der Eisenbahn. Hätte ich den eigentlich bekehren können, den Typ. Das ist auch noch ein Lager. Das ist schon der Eingang hier in diese Festung. Todflüster-Ruinen. Oh, nein. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht hier runter, aber gut. Ich sehe es mal halt von hier an. Gut, jetzt haben wir zumindest hier eine Treppe gefunden. und eine Tür, die halb offen ist. Und ich kann eher wo interagieren. Ach, hier. Luftkuss. Ich habe in diesem Gebiet vorübergehend mein Lager aufgeschlagen. Ach, Donnerstag, wo ist das? Das Zelt droht durch den Wind weggeweht zu werden und die Ruinen flüstern nachts zu mir, sodass ich jetzt nicht wage, hier länger zu verweilen. Meine Arme und Beine sind wund und zwar aus den gänzlich falschen Gründen. Diese Reise belastet meine Konstitution stärker als alle Männer und Frauen, denen ich in den Portellen von Samoria zu diensten war. Es mag Wunschdenken sein, aber ich glaube, ich höre vereinzelt Geräusche von Norden her. Vielleicht ist dort ein Lager. Morgen werde ich es herausfinden. Ich vermisse mein Bett im Dorf. Ich vermisse sogar den alten Häuptling. Aber reinkommen wir hier nicht. Ich meine, warum baut man hier eine Treppe, wenn du nicht reinkommst? Na gut, vielleicht ist da das die Tür hier, dieser komische Schädel hier. Wie gesagt, wenn man hier das anzieht, die Gegend ist ja nicht schlecht gemacht. Das gibt wirklich viele, viele Sachen hier. Ich denke, was irgendwie richtig geil das sieht, aber ich finde, in manchen Punkten hätten sie ein bisschen mehr machen können doch. Also, ich weiß nicht, wie sagen sie haben, ja, Inhalt halt. Waren wir da vorne schon mal gewesen? Die Arena? Ne, hier waren wir noch nicht. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil von der Zeit ab passt das schon. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder auch noch Videos. Und in der nächsten Folge werde ich mir die Gegner noch ein bisschen erkunden. Ich werde das verfaltete Fleisch wegschmeißen, die, das behalte ich mal. Und werde immer diesen komischen stark benutzen. macht's gut. Bis dann. Tschüss.